Jo, hi! Zurück zu Sherlock Holmes. Also wir sind hier bei einem Donkester Bahnhof und noch ein bisschen rumgucken, weil diese ganzen Fähnchen und sowas sind schon irgendwie strange. Und, ähm, eigentlich haben wir... Ja, ein Fake-Train. Luggage-Room hatten wir, glaube ich, schon angeguckt, ja. Guck, trotzdem noch mal hier, da hinten voll der fette Koffer. Ne, bringt aber nichts. Was ist das für eine Tösche? Ja, da kriegen wir auch nichts raus. Okay, gucken wir noch mal hier. Dann ist die Waiting-Horn noch mal. Da waren wir ja schon drin eigentlich. Ah, hier ist noch mal ein schönerer Teil. War ja vorhin eigentlich nur mit dem... Ja, okay, das haben wir uns angeguckt. Konnte aber ja da hinten noch rein, ne? Hey, Watson, alte Maschine. So, eigentlich... Kommen wir hier auch noch rein. Ist aber der... Wenn man so will, der andere Eingang. Okay, also hier haben wir, glaube ich, alles angeschaut. Was man so anschauen kann, ne? Feuerlöschern wir auch noch. So, also wir gehen noch mal raus und dann vielleicht noch mal eben... Hm, vielleicht noch mal dieses... Die Weiche dahin anschauen, oder? Also man kann dich schon bewegen um und her, hilft natürlich nix, ne, oder? Man kann dir nicht vorstellen, dass irgendwie der Zug lang gefahren ist, kann ich mir vorstellen, aber Sherlock scheinbar nicht. Und dann da reingerauscht. Wo das bewegt. Ah ne, jetzt, jetzt fällt es gerade aus, ne? So, stelle ich mir das vor. Na gut, komm. Ich gehe nochmal hier lang. Aber hier war jetzt nichts weiter außergewöhnlich, ne? Der rennt auch nicht ins Wasser, der Sherlock. Der weiß, was Sache ist. Also das hilft uns hier nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal... Wo ist es? Uns hier hinten das Ding angucken. Und dann gucken wir uns noch den Strand an. Okay, auch eine Weiche. Achso, guck mal hier. Wagen, Spuren ohne Ende, oder sind die von uns? Oh, die sind von uns wahrscheinlich. Okay, komm. Aha, wieder alles. Also das heißt, das Ding geht eigentlich da rum, ne? Und da müsste man dann wahrscheinlich rumlaufen. Ist wohl klar, oder? Zu den Minen. Okay, in Minen, da kann man ja einiges verstecken. Ach, die lassen uns da gar nicht hin. Okay. Ah, hier kann ich weiterlaufen. Die sind auch jede Menge Wagenspuren. Okay, lass uns dann mal hier weiterlaufen. Ja. Und? Ja, komm. Die haben doch hier irgendwas abbiegen lassen. Also wenn ich mich hier hinstelle und mir irgendwie vorstelle, dass die dann halt da langgefahren sind. Kann man schon mal machen, oder? Dann zieht ihr aber nichts, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas sehen könnte. Oh, voll geil hier irgendwie. Wir haben hier, sind hier alle rumgefahren. Okay, also die lassen mich da nicht hin. Muss ich erst zum Strand, oder was? Ich fahr zum Strand. Ich fahr zum Strand. Ja. Ich fahr zum Strand, oder? Ich fahr zum Strand. Okay, das ist jetzt den Baumkranfen in der Stadt. Ja. Trotzdem medienmengelnde Spuren hier. Wieder ausmessen. Aha, so breit wie das Ding drüben, oder? Puh, ja, was heißt denn das dann? Ich meine, du musst ja hier vielleicht irgendwo, sind die durch den See gefahren? Das kann nicht sein, oder? Oder doch? Was ist das da drüben für ein Schild? Früher ging das vielleicht noch. Was haben wir hier? Toilettas? Äh, so ein... Puh, so ein Campingwagen. Und? Irgendwas zu sehen hier? Äh, lass mich gar nicht hin. Okay. Ah, hier, dort, den kann ich besuchen. Ein Wohnwagen, okay. Okay. Schus, schus. Was ist denn hier los gewesen? Eine Metallkette, okay. Hört sich spanisch an, ne? Stranduntersuchung abgeschlossen. Tja, aber was haben wir jetzt hier gefunden? Das mit dem Flooding ist ja sehr lustig. Nur was hilft uns das? Also, lass uns nochmal gucken, was haben wir für Hinweise? Las Arpas. Müssen wir jetzt mal kurz gucken, weil das Archiv ist ja da hinten noch, ne? An unserer Kutsche herangenagelt. Da können wir natürlich immer gucken, was Las Arpas sein könnte. Eine Firma, eine Gang, eine Whatsoever, ist eine Gürtelschnalle, oder was war das? Startschuss für erster elektrische Eisenbahn, Konkurrenzgesetz für eine... Ja, ist ja gut, Jungs. Ja, okay, wir wollen mal gucken, Kunst und Architektur. Nö. Chemie. Tja. Achso, okay, ich kann noch weiter... Ah, mit Red Trigger kann ich noch weiter blättern. Ja, du bist sehr freundlich. So. Worum geht's uns denn eigentlich? Was glaube ich denn? Las Arpas, was kann es denn sein? Zeitungen, Forschungsberichte, eine Chemie... Ja, komm. Las Arpas müsste irgendwie sowas... Kriminalistik auch nicht schlecht. Gut, also, ähm, Forschungsberichte, Zeitungen... Also... 90... 90... 91... 92... 94, Mann, ne Güte. My search should be focused upon the name Las Arpas. Halt doch die Klappe. So. Enzyklopädin. Hm, hm, hm. Alter, Las Arpas, okay. Las Arpas, bla, ist eine Wahl, bla, tausende Schweren Güter. Die Marke Las Arpas gehört zum mexikanischen Konsortium. Caracal, mhm. Elektrizität, okay. Und Bergbau. Alles klar. Gut, das heißt... Das ist echt hart. Die sind aus Mexiko. Na gut, also Leckumier Was weiß ich denn eigentlich? Die Zugattrappe und Teile der Dresine, das kriegen wir aber mal hin, kleinen Moment Also nochmal, Zugattrappe und das Da wissen wir Klar, das ist Genau So, dann haben wir hier noch Den Gleis zum Schallbruch wissen wir nicht, überfluteter Steinbruch Schweres Transport und das da Das passt doch zusammen, ihr kleinen Vögelchen Okay, also nochmal weg damit Also schweres Transportfahrzeug und die guten Kollegen aus Mexiko Das passt zusammen Genau Und das Schwere war ja wohl auf jeden Fall Was haben wir denn noch? Altes Nebengleis zum Steinbruch und überfluteter Steinbruch Mal gucken, ob das passt Könnte gesunken sein Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Longestair versenkt worden sein Ja Kann nicht gesunken sein Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein Weil Im alten Nebengleis Sorte und Fütt ein Stück fehlt Wenn die das abgebaut haben Alter, was weiß denn ich Keine Ahnung Das weiß ich noch nicht Okay, was haben wir noch für das Telegram Lass mal gucken Gleich ist es wahrscheinlich Jemand hat die Schienenteile gestohlen um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen Das könnte sein, ja Das würde dann aber auch heißen Dass das der Fall sein könnte Weiß ich nicht Muss man jetzt echt noch mal überlegen So, wo könnten wir denn mal hinfahren Um noch ein bisschen was rauszufinden Weil was mich ein bisschen nervt ist hier Da war ja gar nichts los Wir haben ja nichts rausgefunden Ich muss hier noch mal eben gucken Untersuchen sie das Nebengleis Das ist von einem Einbahn Bei der Eisenbahnweiche Und Doncaster hat auch noch nicht gereicht Da müssen wir auch noch mal hin Also ich würde es aber noch mal gerne Weil mich das auch nervt Ups Weil mich das auch nervt Möchte ich noch mal hier bei den Eisenbahnweichen nachgucken Weil hier war ja eigentlich nichts los Und ich habe auch nichts gesehen Nichts gefunden Gar nichts Vielleicht kann das Ding hier hin und her schalten Wie ich lustig bin Das ist noch mal abgeschaltet Wenn ich das gerade habe Dann fährt der Zug hier durch So, aber das Ding war natürlich umgeschaltet Denke ich mal Der Zug ist rostet Aber es funktioniert trotzdem Genau So, und dann muss ich mir jetzt mal vorstellen Wie der Zug vorfährt Na, und fährt da rum Ist doch klar wie Kloßbrücher Warum machen wir das nicht? Komm her Der Zug fährt hier lang Und die fahren hier rum damit Was ist denn das Problem? Für mich ist das relativ klar Für mich ist das relativ klar Das Ding ist unbestellt Aha, der Zug fährt da rum Und irgendwie zu irgendwelchen Minen oder was? Es ist ziemlich möglich für jemanden den Train nach den Minen Okay, dann müssen wir nochmal zu den Minen hinfahren Flup Tja... Okay... Und wie? Mit dem hier? Gib mal her Gib mal her Sehr freundlich So, und wir wollen mal ein bisschen rumwischen Los Voros steht da drauf Die We are Coal Company Oh nee Hat die mal Kohle abgebaut Würde ich sagen Okay, ansonsten gibt's hier auch nichts gesehen Würde ich sagen W-E-E-A Coal We are Coal W-E-A Coal These mines belong to them Okay, cool hmmmm Untersuchen Sie die Minen und finden Sie heraus ob man dort den Zug verstecken könnte. Klar kann man den hier irgendwo verstecken. Der ist ja bestimmt hinten reingefahren. Oh, das hätte ich schon untersuchen können. Fahrzeugspuren, lass mich erraten. Die sind 6,7 Inch breit. Hallo? Okay, ganz was anderes. A likely loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Okay. Das haben wir auch. Na gut. Ja, du bist ja ganz nett, dass du da stehst. Lass uns mal gucken. Das ist ja fett. Okay, dann lassen sie sich weiter. Ja, Watson, ey, du bist doch so ein Vogel. Rennst immer hinterher. Ja, du kannst auch gerne bei der Kutsche bleiben, Vögelchen, weil... Ich gucke jetzt hier erst mal rum. Okay, ich... Ah, hier. Steinhaufen, Päckchen. WTF, was ist es? Ah. Was ist es für ein Päckchen? Ja, mach mal auf. Okay, was ist das, bitte? Ich bin fast sicher, es ist ein... Watson, could you assist, please? Do you have your Pistol? Good. Fire at this package. Okay, ähm... Mit A-Zielen. Ach so, okay. Und... Dynamite. Okay. So, jetzt wird's aufgesprengt, oder? Nö. Okay, haben wir noch mehr Dynamite? Oh, hier. Was war jetzt hier los? Spuren auf dem Boden. Okay, und was hilft uns das? Im Endeffekt zeigt uns das wahrscheinlich hier der... Ah, oder die haben den echt da reinfahren lassen und haben das gesprengt, oder was? Ah, müssen wir noch mehr rausfinden. Was geht hier ab? Darf ich wahrscheinlich wieder nicht rauf, ne? Oh, oh, knarzt ganz schön. Watson kommt schon nicht mit. Schon nicht so gesund, glaube ich. Ah, da hinten in die Hütte würde ich gerne rein. Boah, sie hat sich irgendwie abgesetzt. Dann lass nämlich nicht lang, aber da in die Hütte. Ah. Ah, ich hatte gehofft, ich könnte jetzt hier rein. Auch nicht. In die Hütte, hier rum. Und... Muss ich irgendwas Schönes finden. Oh, da hinten geht's irgendwie in so eine kleine Höhle, oder? Na komm, da werden wir da irgendwie hinfinden. Ja, Watson, geh mal weg. Tür auf. Komm, hinter der Hütte war doch jetzt so eine kleine... ...ne kleine Höhle, oder? Ah, ich mach nochmal die Tür zu. Was ist das hier? Kommt doch, da war doch eine Höhle. Da ist doch eine Höhle da hinten. Aber ich komm hier nicht vorbei, ne? Okay, was hilft mir das jetzt hier mit den... ...crazy Schrauben? Ja, verstehe ich ja, aber... Tja, wie find ich das jetzt heraus? Kann ich hier noch weiterlaufen? Was wollen die... Ah, vielleicht kann ich auch hier noch mit den Wagen irgendwas machen? Nö, aber da ist ja noch so eine crazy Hütte. Ja, das ist ja alles ganz einfach. Let's open it. Puh. So, wir drehen mal vielleicht erst mal diese hier, ne? Wie sieht die denn aus? Ach so, ne, das machen wir mal so. Bisher hat das ja mal ganz gut geklappt, einfach mal so einen Strich da basteln, ne? Oh. Schau. Oh. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcasas, both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Mycroft. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson, we should certainly speak with him. Okay, Minenuntersuchungen abgeschlossen. Mit dem Zigarettenraucher, nee, Zigarrenraucher, sorry, Zigarrenraucher sprechen. Ah, komm, also. Wir können hier noch ein bisschen einen Waldspaziergang machen mit Wotzi und den Rest machen wir in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ciao. Also, bis dann, ciao. Okay. Let's come here.